Hallo liebe Uhrenfreaks und herzlich willkommen zurück auf meinem Channel, die Uhrenbox aka The Watchbox und heute schauen wir uns eine Hommage zu der Seiko 61005-8000 an. Wie die meisten von euch wissen, war die erste Taucheruhr von Seiko, die 62 Mars, welches 1965 auf den Markt kam. Anfang der 70er kam dann die 61005-8110 aka bekannt als die Captain Willard von Apocalypse Now und zwischen diesen zwei sehr begehrten Modellen von Seiko kam die 61005-8000 auf den Markt, welches aber auch sehr schnell durch die Willard im Prinzip ersetzt wurde. Die Uhr sollte eigentlich ursprünglich der Nachfolger von der 62 Mars werden, hatte aber einfach ein eigenes Design, weil es dann die erste Uhr mit der Krone auf 4 Uhr war. Das war der Beginn im Prinzip von Seikos Uhren. Diese Taucheruhr ist meiner Meinung nach absolut unterschätzt und so langsam kommen aber jede Menge Hommagen, denn wie gesagt, es erinnert sehr an die 62 Mars, aber auch auf der anderen Seite sehr, sehr an die Captain Willard. Also es ist ein Misch zwischen diesen zwei sehr begehrten Uhren. Mir persönlich gefällt sie sehr, sehr gut. Heute habe ich mal die San Martin mit dem Perlmode Ziffernblatt da. Die Kanagawa Version habe ich mir auch noch bestellt und von Merkur aka Sizen, das ist eine Untermarke von Merkur, da erwarte ich auch noch zwei Modelle und dann wird es jede Menge 61,05, 8000 Hommage Reviews geben. Ich werde auch ein Vergleichsvideo zwischen der San Martin und der Sizen machen, denn der Preisunterschied zwischen, die Sizen hat ca. 80 Euro jetzt gekostet, die San Martin liegt bei ohne Sale bei ca. 180 Euro, aber genug geredet, lasst uns mal an den Tisch gehen und die Vorstellung beginnen. So, liebe Freunde, dann machen wir mal das Review zu der San Martin 6105-8000 Hommage. Ah, dieses wunderschöne Ziffernblatt, das ist einfach der Wahnsinn. Perlmode Ziffernblatt ist wirklich hervorragend. Schaut auch bitte bis zum Ende des Videos, da mache ich immer ein Strap Show, wo ihr einfach sehen könnt, wie die Uhr an anderen Armbändern aussieht. Ich denke, das ist sehr, sehr wichtig. Ich habe das in älteren Videos mal gesagt, wo ich noch nicht mal 100 Abonnenten hatte. Das Armband einer Uhr ist wie eine Hose oder wie unsere Kleider eben am Menschen. Es gibt der Uhr auf jeden Fall nochmal einen anderen Look und ein anderes Feeling. Absolut und ihr müsst das unbedingt ausprobieren. Aber jetzt starten wir mal mit unserem Review. Die Maße der Uhr betragen in der Diagonale haben wir 42 Millimeter. Wir haben an der Lünette 40 Millimeter, ein Horn-zu-Horn-Abstand von 48 Millimetern circa und eine Höhe von 13,6 Millimetern. Das sind wirklich meiner Meinung nach hervorragende Maße für so ziemlich jedes Armgelenk, Armumfang. Sehr kompakt und trotzdem ein wunderschönes 42 Millimeter Case. Das ist einfach sehr, sehr schön, meiner Meinung nach. Jetzt habe ich es noch vergessen zu erwähnen. Die Bandanstoßbreite beträgt 20 Millimetern. Im Inneren werkelt wie immer oder fast wie immer das Seiko NA35A-Werk mit 21.600 Schlägen pro Stunde. Das heißt 6 Ticks pro Sekunde und ungefähr eine Gangreserve von 41 Stunden. Meine Uhr läuft, wie ihr nochmal hier jetzt auf der Zeitwaage sehen könnt, mit circa plus 3 bis plus 6 Sekunden pro Tag. Und das ist absolut klasse für das Werk. An diesem Werk werde ich jetzt, aber an dieser Uhr werde ich nichts rumwerkeln. Normalerweise stelle ich meine Uhr ja nochmal etwas genauer ein. Bei plus 3 bis plus 6 Sekunden ist das absolut nicht notwendig. Die Lünette ist natürlich eine Taucherlünette mit 120 Klicks und die hören wir uns natürlich wie immer ganz genau an. Wunderschöne Klicks. Also wirklich sehr, sehr gut, sehr präzise, einen super Sound und kein Rückspiel. Also wirklich hervorragend gemacht. Wir haben keine Keramik-Lünette, wir haben eine Edelstahl-Lünette. Das passt meiner Meinung nach auch sehr gut zu der Uhr. Die Fertigung ist natürlich wieder auf einem sehr hohen Niveau. Die Beschriftung der Lünette ist wirklich klasse. Also da gibt es absolut nichts zu meckern, auch nicht unter meiner Makrokamera. Hier gibt es auch keinerlei Fehler. Die Leuchtkugel sitzt genau mittig im Dreieck oben auf der 12. Super gemacht. Also ist es weder links noch rechts komplett mittig. Da muss ich San Martin einfach loben. Also die Qualitätskontrolle bei dieser Firma ist wirklich grandios. Und das kostet natürlich nochmal den ein oder anderen Euro mehr. Und das verlangt auch San Martin. Und das ist auch meiner Meinung nach fair. Also wenn du danach eine perfekte Uhr bekommst und 20 Euro mehr bezahlt hast, wie jetzt bei einer Steeldive oder bei irgendeiner anderen Firma, dann finde ich das gerechtfertigt. Aber weiter zum Review. Das Glas ist ein leicht gewölbtes Saphir-Glas, welches auch ein bisschen über dem ganzen Konstrukt drüber steht, wie ihr sehen könnt. Außen rum ist dieses Glas auch nochmal leicht abgeschliffen, wo ihr dieses Leuchteffekt habt, wie bei der Proxima. Es ist nicht so extrem wie bei der Proxima. Es ist etwas leichter abgeschliffen. Aber hier seht ihr das ganz schön, diesen Spiel, wo die Index einfach nochmal gespiegelt werden. Ich finde das richtig klasse. Das gibt der Uhr einfach nochmal dieses gewisse Etwas. Ich habe auch von der Merkur, ihr Untermarke Sizen, die 6105 Formage bestellt. Ich werde diese Uhr auch noch Reviewen. Die habe ich auch noch in Schwarz. Und dann wird es auch natürlich ein Vergleichsvideo zwischen der San Martin und der Sizen, a.k.a. Merkur, geben. Unterhalb des Glases haben wir natürlich noch eine Antireflektionsbeschichtung. Damit ist die Uhr auch in vielen Richtungen sehr, sehr gut ablesbar. Das komplette Gehäuse ist natürlich aus 316L Edelstahl gefertigt. Bis auf das Glas, wie gesagt, auch die Lunette und natürlich auch die Krone. Der Gehäuseboden ist verschraubt und ist graviert mit den Spezifikationen. Leider aber fehlt hier meiner Meinung nach das Hai-Logo. Das findet man aber zum Glück wenigstens auf der Krone, welches auch verschraubt ist. Die ist auf der 4, so wie ihr Vorbild auch. Und was bei San Martin noch wichtig ist, die haben das Case hier unterhalb der Krone nochmal leicht ausgefräst, damit man mit der Hand viel einfacher rankommt. Das sieht dann so aus und damit könnt ihr die Krone sehr, sehr einfach herausschrauben und auch wieder hineinschrauben. Und das finde ich tatsächlich sehr gut gelöst. Denn wenn das Case komplett durchgehend ist, dann kommt man da etwas schwieriger dran. Also das könnte dann etwas schwieriger sein, die Krone eben rauszuschrauben. Aber ja, dann dauert es halt 5 Sekunden länger. Finde ich aber natürlich trotzdem gut von San Martin, dass die hier da mitgedacht haben und diesen Teil eben ausgefräst haben. Die Uhr kommt mit dem komfortabelsten Waffeband, das ich je hatte. Und ich hatte schon einige, weil ich ja immer wieder welche bestellt habe zum Testen. Die von San Martin kostet tatsächlich 35 Euro. Das Band könnt ihr separat bei San Martin kaufen. Den Link dazu findet ihr natürlich wieder in der Videobeschreibung. Das werde ich nochmal separat auflisten. Aber das Band ist einfach sehr komfortabel. Es ist sehr weich, aber nicht so weich wie diese ganz, ganz billigen Waffelbänder. Schaut das mal an. Wenn ihr bei den ganz billigen mal das Band fest zusammenknickt, Dann seht ihr meistens hier schon so ein leichtes Weißschimmern, weil es eben kein richtiges schwarzes Silikon ist, sondern mit eben wenig Farbe verzieht wurde. Die Schließe ist natürlich auch 316L Edelstahl. Die ist wunderschön gebürstet, also wirklich sauber. Auch gelochte Hörner wie das Gehäuse auch. Also ihr könnt es schnell auswechseln. Dann findet ihr hier am Ende nochmal das High-Logo. Auch wirklich super. Und innen drin habt ihr nochmal das Hexagon-Logo. Jeweils am Ende der Bänder. Wirklich klasse. Sehr viel Detailarbeit. Außerhalb der Details, wie gesagt, die Qualität des Bandes ist wirklich hervorragend. Was mir hier bei der San Martin natürlich fehlt, ist eine Variante mit einem wunderschönen Edelstahlband. Und das Ziffernblatt, liebe Freunde. Das ist einfach der Wahnsinn. Also wirklich. Das ist meine erste Uhr mit einem Perlmutziffernblatt. Wahnsinn. Also dieses Blatt ist einfach einzigartig. Ich bin hin und weg. Ich liebe es. Und mir gefällt es extrem gut. Ist das nicht ein traumhaftes Ziffernblatt? Wirklich. Unter der 12 haben wir das 3D-Logo aufgelegt. San Martin ausgeschrieben. Gefällt mir sehr gut. Über der 6 haben wir Automatik Water 200M Resist. Also 200 Meter Wasserdächtigkeit. Automatik. Und auf der 3 finden wir dann die Datumsanzeige. Welches wunderschön mit einem Edelstahlrahmen noch verziert ist. Und auch da absolut klasse Verarbeitungsqualität. Alle Indexe sind aufgesetzt. Aufgesetzt. Und voll mit Schweizer C3 Superluminova. Die Uhr leuchtet die ganze Nacht durch. Die Zeigerqualität von San Martin ist auch auf einem ganz anderen Niveau wie bei anderen Herstellern. Absolut sauber ausgerichtet. Da ist keinerlei Fehler zu finden. Und was mir besonders gut gefällt ist die Kappe auf diesem Sekundenzeiger in der Mitte. Damit habt ihr nicht dieses hässliche Loch, wo man eben sieht, dass die Zeiger da drankommen. Sondern es ist einfach wunderschön abgedeckelt. Ja. Ich würde sagen, das war es auch schon zu der Uhr. Und Zeit für Carga Score würde ich sagen. Die Verarbeitungsqualität. Typisch San Martin. Dafür gebe ich eine 8 von 10. Die Spezifikationen bekommen von mir eine 7 von 10. Es ist ein gutes Werk, das Cycran A35A. Aber seitdem ich drei Uhren mit dem PT 5000 habe, erwarte ich bei 200 Euro, erwarte ich dann schon das PT 5000 Werk. Das sollte einfach mittlerweile mehr der Standard werden. Ich bin mir aber auch sicher, dass in Zukunft mehr Uhren mit diesem Werk auf den Markt kommen. Das Aussehen bekommt eine solide 8 von 10. Ich hätte hier auch mehr Punkte gegeben, wäre es tatsächlich noch mehr an den Vorgänger angelehnt. Sprich keine gelochten Hörner und ein Chapter Ring, also einen Minutentracker hier in der Innenseite, gab es bei dem Vorbild ja auch nicht. Die war auf dem Zeiger. Dadurch wirkt die Uhr, die Vintage Variante auch nochmal viel, viel kleiner, weil die Minutenindexe auf dem Ziffernblatt gedruckt sind und nicht separat als Ring außenrum aufgelegt ist. Preisleistung gebe ich trotzdem eine 8 von 10. Das ganze Paket an sich ist wirklich sehr, sehr gut. Das Einzige, wie gesagt, was mir fehlt, ist ein Edelstahlband. Aber dieses Waffelband ist wirklich hervorragend. Also es gibt kein besseres Armband als, also kein besseres Silikonband wie die von San Martin, würde ich sagen. In total haben wir also 31 von 40 Punkten, was absolut klasse ist, meiner Meinung nach. Und wenn ihr eine Vintage-Uhr sucht, wo keiner so richtig sofort erkennen würde, denn es ist weder eine Villard noch eine Sixty-To-Mars. Es ist eben die Zwischenuhr zwischen diesen beiden, ja, wahnsinnig guten und beliebten Uhren, sag ich mal. Und das ist eine absolut unterschätzte Variante oder eine unterschätzte Vintage-Uhr von Saiko, wie ich finde. Wenn du dir diese Uhr kaufen möchtest, wie immer bitte ich dich natürlich, meinen Link in der Videobeschreibung zu benutzen. Ist ein Affiliate-Link, dadurch bekomme ich eine kleine Provision von AliExpress. Ihr zahlt natürlich keinen Cent mehr. Vielen Dank fürs Zuschalten, liebe Freunde. Passt auf euch auch, bleibt gesund, alles Liebe, euer Karga.